Knapp eine Milliarde Euro. So viel hat Deutschland im vierten Quartal 2021 an Russland gezahlt. Pro Monat. Und zwar nur für Erdöl. Wir sind in Deutschland ganz schön energetisch abhängig. Deshalb kommt jetzt gerade eine Energiespar-Diskussion in Gang. Dabei ist Energiesparen doch eigentlich immer sinnvoll. Es ist gut für uns alle, weil es uns Geld spart, gerade jetzt bei steigenden Energiepreisen. Und es ist natürlich gut fürs Klima, weil weniger CO2 entsteht. Wir zeigen euch deshalb heute, wie ihr am besten im Kleinen sozusagen Energie sparen könnt und welche Auswirkungen es hätte, wenn wir alle plötzlich anfangen würden, stärker Energie einzusparen. Solange wir noch nicht selbst genügend erneuerbare Energien für Strom und vor allem für Wärme erzeugen können, sind wir ziemlich abhängig von fossilen Energieträgern. Und zwar vor allem von fossilen Energieträgern aus anderen Ländern. Zum Beispiel Erdöl. Da importieren wir so gut wie alles, was wir hier in Deutschland verbrauchen. Im 2021 sind in Deutschland 34% dieser Erdölimporte allein aus Russland gekommen. Bei Erdgas waren es sogar rund 55% und bei Kohle 50%. Das ist ganz schön viel. Fangen wir deswegen mal an mit dem Thema Wärme. Was würde denn passieren, wenn alle die Heizung so ein oder zwei Grad kälter stellen würden? Also alle ein bisschen weniger heizen? Tipp 1. Heizung. Die ideale Raumtemperatur liegt, sagen ExpertInnen, so circa bei 20 Grad im Schlafzimmer zwischen 18 und 16 Grad. Bei den meisten dürfte die Raumtemperatur eher so 22, 24 Grad betragen. Wenn jetzt alle in Deutschland die Zimmertemperatur um nur zwei Grad verringern würden, dann könnten wir damit circa 21 Terawattstunden Erdgas pro Jahr einsparen. Dann müssten wir, rein am Bedarf gerechnet, so circa 5% weniger Erdgas aus Russland importieren. Rechnet zumindest das Umweltbundesamt vor und ruft auf, Energie zu sparen. Natürlich spart, Energie sparen, auch Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Fast jede zweite, 48% aller Wohnungen in Deutschland, wird mit Gas beheizt. Gas ist, ist ihr fossiler Brennstoff. Bei der Verbrennung entsteht eine Menge CO2 und ein Hauptbestandteil von Erdgas ist Methan, eines der klimaschädlichsten Treibhausgase. Von Erdgas sollten wir also, auch aus Umweltgründen, so schnell wie möglich wegkommen. Ein weiterer Trick wäre, neben einfach den Heizkörper ein bisschen niedriger zu stellen, generell den Heizkörper auf eine niedrige Grundstufe zu stellen. Also nicht nachts auf 0 drehen und dann am nächsten Morgen wieder aufdrehen. Dieses Aufheizen, das verbraucht einfach unnötig viel Energie. Stattdessen lieber die Heizkörper auf 2 oder 3 stellen oder smarte Thermostate benutzen, die die Temperatur möglichst konstant halten. Und auch den Heizkörper regelmäßig zu entlüften, kann helfen, die Energieeffizienz zu steigern. Und wenn ihr dann doch mal frische Luft im Zimmer braucht, Stoßlüften statt Dauerlüften. Sagt eine Studie des WWF, würden alle in Deutschland nur alle 2-3 Stunden Stoßlüften, also einmal alle Fenster auf, frische Luft reinlassen, Fenster wieder zu, statt das Fenster dauerhaft auf Kipp zu lassen, dann könnten wir ziemlich viel CO2 einsparen und vor allem auch Geld. Der WWF rechnet pro Person so circa, schätzungsweise 180 Euro im Jahr. Tipp Nummer 2. Die Waschmaschine. Allgemein ist es eh ein guter Energiespartipp bei der Waschmaschine, das Sparprogramm zu nutzen, das sie hat. Die meisten Waschmaschinen haben so ein Energiesparprogramm. Das braucht dann zwar ein bisschen länger, man spart aber pro Waschgang zwischen 30 und 50 Prozent Strom ein, bei gleicher Waschkraft verglichen mit einem normalen Waschprogramm. Klingt erstmal unlogisch, funktioniert aber relativ einfach. Die Wäsche bleibt einfach länger im Wasser mit den Waschmitteln liegen. Die Waschmittel haben länger Zeit einzuwirken, deswegen braucht man dann weniger hohe Temperaturen zum Waschen. Spart also Energie. Übrigens, waschen bei 60 Grad oder höheren Temperaturen ist meistens auch unnötig. Die meisten Waschmittel funktionieren sehr, sehr gut, schon bei sehr viel niedrigeren Temperaturen. Es sei denn, ihr müsst aus hygienischen Gründen jetzt wirklich Kochwäsche anstellen. Lohnt es sich also nur, die Waschmaschine auf so 30 oder 40 Grad zu stellen. Und übrigens, so ein Wäschetrockner ist auch ein ganz schöner Energiefresser. Einfach aufhängen und die Wäsche trocknet auch wunderbar ganz von alleine. Der WWF geht davon aus, wenn wir pro Kopf so circa 160 Mal im Jahr waschen, also rund dreimal die Woche eine Ladung Wäsche anstellen, wenn wir da jetzt alle konsequent nicht mehr als 40 Grad an der Waschmaschine einstellen und den Trockner nicht benutzen, dann könnten wir 250 Kilogramm CO2 pro Jahr pro Kopf in Deutschland einsparen. Wenn das alle machen würden, käme da schon eine beachtliche Menge CO2 zustande. Und am Ende bedeutet das natürlich auch wieder weniger Energieimporte aus dem Ausland, auf die wir jetzt gerade so angewiesen sind. So ein Kühlschrank, egal wie neu und energieeffizienter ist, gehört trotzdem zu den größten Stromfressern in eurem Haushalt. Ihr könnt also den Energieverbrauch von eurem Kühlschrank senken, wenn ihr die Temperatur ein bisschen hochdreht. Nicht jeder Kühlschrank muss im Innenraum drei oder vier Grad halten. Sieben oder acht reichen meist vollkommen aus, das spart euch dann auch noch mal bis zu 20% Energie ein, wenn ihr einfach 8 Grad statt 4 Grad einstellt. Jedes einzelne Grad Wärmer spart nämlich 5% Strom laut Verbraucherzentrale Bayern. Durchschnittlich. Das macht auch ein paar Euros aus, die ihr da spart. Und natürlich ein paar Kilo CO2. Wiederum weniger Energieverbrauch, weniger Importe, die nötig wären. Übrigens klingt auch wieder klischeehaft, aber Abtauen hilft. Schon bei einem Zentimeter Eis im Gefrierfach braucht es doppelt so viel Energie, das Gefrierfach auf Temperatur zu halten. Und natürlich, wenn ihr die Tür nicht so lange offen lasst, wenn ihr irgendwas aus dem Kühlschrank rein- oder rausstellt, verbraucht das auch wieder weniger Energie. Tipp Nummer 4. Technische Geräte. Auch wieder klischeehaft, aber Geräte ausschalten statt Standby. Damit könntet ihr bis zu 115 Euro und 170 Kilogramm CO2 im Jahr einsparen. So haben es ExpertInnen zumindest für einen durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus berechnet. Weil Geräte im Standby-Modus eben nicht unwesentlich Strom verbrauchen. Bis zu 8% eurer Stromrechnung kann das ausmachen. Diese ganzen Studien, die wir hier erwähnen, die findet ihr übrigens alle nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und auch Streamen verbraucht natürlich Energie. Nicht nur bei euch im Haushalt, am Fernseher, sondern auch die ganze Infrastruktur, die dahinter steht. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann schaut doch mal hier oben ins i. Wir haben dazu auch schon mal ein Video gemacht. Tipp Nummer 5. Das Auto. Das eigene Auto wird in Großstädten in Deutschland in fast der Hälfte der Fälle für Fahrten genutzt, die kürzer als 5 Kilometer sind. Das könntet ihr auch locker mit dem Rad packen. Und ich meine, das Auto öfter stehen zu lassen und lieber mal zu Fuß zu gehen oder das Rad zu nehmen oder Lastenrad, darauf weisen Umweltverbände ja auch schon lange und immer wieder hin. Ist ja auch nichts Neues. Und auch hier würde natürlich die Masse den Unterschied machen. Nicht das Sparen von so einer einzelnen Fahrt. Das wird an einer anderen Rechnung auch deutlich. Die Deutsche Umwelthilfe hat 2019 ausgerechnet, dass wir über 6 Millionen Tonnen CO2 ansparen würden, wenn wir, wenn wir dann Auto fahren, nie schneller als 100 Kilometer pro Stunde fahren würden. Bei den Preisen im Moment ist weniger Spritverbrauch ja auch gar nicht so schlecht und kommt natürlich auch eurem eigenen Geldbeutel zugute. Das Umweltbundesamt kommt auf 2,1 Milliarden Liter weniger Kraftstoff, die ihr dann verbrauchen würdet, wenn auf Autobahn Tempo 100 gelten würde und auf Landstraßen Tempo 80 und sich jeder dran hält. Das sind immerhin 3,8 Prozent des Kraftstoffverbrauchs im Verkehrssektor, die wir da einsparen könnten. Fazit. Fossile Energieträger brauchen wir einfach noch viel zu viel in Deutschland. Dazu kommt, dass natürlich unser Energieverbrauch seit Jahrzehnten auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Je mehr Energie wir also sparen würden, desto mehr CO2 würden wir einsparen, desto weniger abhängig wären wir auch von fossilen Energieträgern. Als Einzelne ist natürlich unser Sparpotenzial sehr begrenzt. Aber wenn wir alle zusammen ein bisschen was sparen würden und solche Energiespartipps umsetzen würden, dann würde das auch zumindest etwas ausmachen. Kleinvieh macht eben auch Mist. Fakt ist aber auch, wir haben jetzt schon gute Alternativen zu Gas, Öl und anderen fossilen Energieträgern. Die Energiewende, der Ausbau von erneuerbaren Energien und damit eben das Umstellen unseres Energiesystems auf erneuerbare Energien, das bietet nicht nur eine große Chance, es wird auch immer mehr zur Notwendigkeit, damit wir eben unabhängig werden von fossilen Energieträgern. Wir hoffen jedenfalls, dass all diese Tipps für euch hilfreich waren. Schreibt uns doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr davon vielleicht sogar schon macht und was euch davon leicht fallen würde oder was ihr schwierig umzusetzen fändet. Oder vielleicht habt ihr sogar noch viel bessere Ideen, dann auch das gerne unten in die Kommentare schreiben. Hier neben mir findet ihr jedenfalls jetzt noch zwei weitere Videos von uns. Danke euch fürs Zuschauen.